Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 und es wird wieder Zeit unseren kleinen Asura ein bisschen auszuführen, weiter seine Geschichte zu erleben mit euch, mit mir, mit Elvin und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, wir gehen weiter bzw. ja, wir haben ja direkt einen herzlichen Quest jetzt voraus, gucken mal was Forscher Kai von uns möchte, spricht mit Kai, um sein Protokollen zu testen, dann untersucht die elektrischen Verzerrung und erstattet Bericht, repariert Schrott 80 TS und belebt sie wieder, dann reden wir mal mit Kai. Ja, wenn du das sagst, ich bin dafür verantwortlich, in Comp Optik Schrotthaufen zu verwalten, ich gebe zu, es klingt nicht gerade nach einer glorreichen Aufgabe, aber es ist eine wichtige Arbeit, hier scheint mir hervorragend geeignet, mir bei einem speziellen Projekt zu assistieren, seid ihr interessiert, wie kann ich helfen? Ihr könnt meinen neuen Protokollen Schrott 80 T testen, seine Steuerung ist fortschrittlicher als die des Vorgängmodells, aber er lässt sich noch immer leicht bedienen, lasst es mich versuchen, oder ist er schon? Schrott 80, Strich T? Dieser Schrott 80, Strich T wird euch folgen und beobachten, immer wenn ihr eine elektrische Verzerrung unterbrecht, wird der Bot die Interaktion vermerken, bringt den Protokollen danach zu mir zurück, damit ich sein Log auslesen kann. Gibt es sonst etwas, das ich wissen sollte? Es könnte sein, dass sie ausrangiert oder für alte Schrott 80, Strich T, S auf den Schrotthaufen findet, bitte repariert sie für mich, verstehe. So, der ein oder anderen ist es vielleicht gleich zum Anfang aufgefallen und zwar habe ich mal wieder, ich glaube, das müsste das Beil gewesen sein, äh, falsche Taste, gehen wir kurz da rein, genau, ich habe das Beil wieder reingenommen, weil mir das zum Anfang eigentlich sehr gut gefallen hatte, so die einzelnen, sage ich mal, Fähigkeiten, die wir zum Anfang haben und ich wollte jetzt nicht zu viel ausprobieren, ein bisschen, sage ich mal, mich auf ein, eine Waffe fixieren, klar, können wir dann später, sage ich mal, ein paar andere ausprobieren, aber erst mal nehme ich das bei, weil ich diese Attacken eigentlich recht nice fand, beziehungsweise ich muss halt noch ein bisschen lernen, mit diesen Zustände verzehren oder mit Todesschleier zu gehen, wer es in den anderen Let's Plays noch nicht geschaut hat, Todesschleier, nehmt eine Spektralform an und erhaltet neue Fertigkeiten, wandelt eure Lebensenergie in Lebenspunkte um und die andere Fertigkeit Zustände verzehren, Verderbnis, verzehrt eure Zustände und gewinnt Lebenspunkte, für jeden verzehrten Zustand, ihr werdet verwundbar, muss ich noch ein bisschen, sage ich nicht mal, reinfuchsen, ein bisschen mit umgehen, aber das kommt bestimmt mit der Zeit, hier haben wir eine elektrische Verzehrung und da liegt ein Ausgemuster da, na, was mal reparieren, ja, Fummel, Fummel, haben wir gut hingekriegt, blitzt noch ein bisschen, aber ansonsten, oh, euer Protokolle im Partner piept und ist so zufrieden, braver Junge, Kopftätschel, achso, das singt der halt, das saugt der dann auf, okay, da war ja was, hat er das auch, oh, da kommt blaue Schleimis raus, der man Pech hat, habe er aufgesagt, braver Junge, was war das, ein Frosch, kann man aber nicht, ne, doch, das ist mir die euer kleinen Quark, äh, erkennen, und da kommt wieder ein blauer Schleim, oh, die genau reicht gut dauern eigentlich, und Punkte gibt es eigentlich auch ordentlich, also die Quest ist, glaube ich, schnell gemacht, eine Quest-Tour-Mechanikerin, die rennt hier also auch rum, und dieser, äh, Golem hilft uns auch noch, also, geht das recht fix hier, durchsichtiger Schleim, gibt es auch noch unterschiedliche, und schon haben die Herzchen Quest fertig, na, wollen wir mal lesen, Müll aufsammeln, Elvin, ich möchte meine Dankbarkeit zeigen, meine Crew arbeitet hart am zähsten Verteidigung im Golem der Welt, aber wir dürfen auf die Gefahren eines unbeobachteten Schrotthaufens nicht ignorieren, ich bin zuversichtlich, dass meine Crew dies, äh, wie ihr erkennt, hab Dank, Kai. Gucken wir gleich mal, ob er irgendwas für uns noch hat, beziehungsweise wir können ja mal gucken, kommt der Hebe auch noch auf hier, Hammer, Schrott-Golem, lieber, kleiner Freund, die kleine Frosch, hier liegt der ja schon wieder, macht er kein Schläfchen, oder was? So, komm, gibt, glaube ich, auch, äh, EP, wenn man, äh, sag ich mal, befreundete NPCs aufhebt, aber wir machen es natürlich, versuchen ja, jeden wieder zu beleben, da liegt noch einer, aber wir reden erstmal mit Kai, schön euch zu sehen, Elvin, habt ihr was für mich? Gucken, haben wir da, Schrott, 80T-Alchemisten-Reserver, aber wir werden hier, denke ich mal, nix kaufen, wir sammeln uns einfach unsere Gegenstände, ein bisschen Schrott können wir verkaufen, muss ich sowieso mal gucken, mit Taschenplätzen sind wir ja nicht so gut besät, vielleicht finden wir noch unterwegs welche, ansonsten, vielleicht besorge ich mir mal welche, schau wir mal, so, gehen wir auch noch mal zum Leben zurück, unseren kleinen Freunden, dann gucken wir mal auf die Karte, hier unten sind wir dann eigentlich fertig, jetzt könnten wir hier einmal durchs Wasser, da haben wir eine Sehenswürdigkeit, würde ich fast sagen, könnten wir einfach mal so machen, würde ich sagen, ja komm, wir gehen mal rüber, durchs Wasser, Ja gut, solche Schalter sind immer für was gut, ich weiß gar nicht, was wir hätten, ach, lernt, wie man ausweicht, ah genau, das war das, so, cool Lehrling, kann man mit euch reden, ne, kann man nicht, wir holen uns erstmal die Sehenswürdigkeit, äh, steht kein Name da, ein bisschen schwimmen, unter Wasser ist das Spiel auch sehr schön, wir gehen mal einmal kurz runter, das ist auch schon wieder ein Bildwert eigentlich, hier, wenn man so schaut, sehr schöner Anblick, gucken wir mal, gucken wir gleich das hier oben, ja passt sogar, eigentlich war ein Pfeil da, dass es noch weiter unten ist, aber hat geklappt, dann gehen wir gleich mal zu, lernt, wie man ausweicht, das ist sozusagen in jedem Stadtgebiet mal vorhanden, damit man auch dort, sag ich mal, üben kann, Weichdrohne gefahren aus, indem ihr die V-Taste drückt, oder eine Bewegungstaste zweimal drückt, beim Ausweichen seid ihr kurzzeitig unverwundbar, die gelbe Ausdauerleiste, das sind die zwei hier, überall Lebenspunkten leeren sich bei dem Ausweichen, füllen sich aber mit der Zeit viel auf, so, ich mache das eigentlich gerne mit den, ähm, sage ich mal, Pfeiltasten, mit V länger gedrückt, ah ok, dann macht er auch einen rückwärts, wie macht er dann vorwärts, habe ich dann gar nicht ausprobiert, ok, es hat ja zum Beispiel keine Energie, wir müssen ganz kurz warten, bis sich das hier wieder auffüllt, wir können also auch zur Seite ausweichen, das geht auch, ja, jetzt haben wir es doch mitgekriegt, wir gucken jetzt mal ganz kurz, ob wir es gleich für das 2 schaffen, so, konzentrier dich Elvin, die Leute gucken zu, und los, sehr schön gemacht, und dann gibt es hier auch eine Truhe, ich habe gestern mit meinen Engel, haben wir noch überlegt, ob es eigentlich Truhen gibt, wenn man das erst mal macht, siehst du mein Engel, da gibt es, sage ich mal, den Beleg dafür, rustikale Stiefel, mit Kraft, können wir eigentlich erst mal mitnehmen, ist ja sozusagen zum Anfang, egal, ausrüsten, und jetzt erst mal wieder rauskommen, hier, und hepp, sehr schön, so, haben wir das auch bravourös gemeistert, wie ich glaube, wir gehen erst mal nach rechts, gucken mal hier rüber, da haben wir ja noch ein bisschen was, unterstützt, PR- und T-Esoterik, bei der Schleimforschung besorgt, ob ich eine farbige Schlüsselkarte von Taka, dann chromatiert, Blum mit den Beobachtungstüren, und siegt ihre Schleime, hallo kleine Borstis, da haben wir blaue Beobachtungstüren, ich glaube, wir müssen aber erst zum Questgeber, gehen wir mal ganz kurz, gucken, wo da drin ist, da hinten irgendwo eine Ecke, schöne Blümchen hier, da haben wir den leitenden Wissenschaft, leitenden Wissenschaftler, Wissenschaftlerin Taka, man, schon wieder sprach, wahrscheinlich gleich zum Anfang hier, wir hier bei PR- und T-Esoterik, untersuchen die Farbveränderungseigenschaften der Schleimarius Ictisius, okay, ihr benötigt eine farbige Schlüsselkarte, wenn ihr hier seid, um an dieser Studie teilzunehmen, was kann ich tun, um zu helfen, erzeugt Schleime, indem ihr eure Schlüsselkarte, bei einem der Blumenbeobachtungstürme durchzieht, 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 wie fange ich das an, seufzt, nehmt eine Schlüsselkarte, findet einen Turm, platziert eure Schlüsselkarte auf dem Turm, und dann beobachtet, wir haben unsere Schlitztürme so gebaut, dass sie Blumen in Imitationen von Schleimarius Ictisius verwandeln, was mache ich danach, prickt bitte Schleime, also welche Schlüsselkartefarbe möchtet ihr, ähm, blau, gelb, grün, wir nehmen die grüne Schlüsselkarte, die haben wir noch im Kaufmann, da können wir mal ganz kurz gucken, den Mechaniker, ob er irgendwas verkauft, er verkauft einen 5-Platz-Lederbeutel für, ähm, ach, ich glaube, das reicht platztechnisch noch, aber danke für das Angebot, kleiner Techniker, dann noch eine Forscherin, noch selten verirren sich Besuche zu unseren kleinen Nischen zwischen den Felsen, wer ist das hier, ihr habt sicher schon von PR und T-Esoterik gehört, wie erforschen Schleime, okay, wo haben wir jetzt, wir erforschen Schleim- und Anwendungsmöglichkeiten von Schleimeszen, Schleime-Szenzen, Taka, unsere leitende Forscherin, hat diese fantastischen Gebäude nur mit ihren eigenen Händen und auf Dutzend, äh, und ein Dutzend Baugohlems errichtet, warum in so einem abgelegenen Ort, Taka und ihre Seelenverwandten, Verwandter, feierten ihren Anschluss am Kolleg, der Synergetik, mit einem Picknick dort und nahm Wasser, als er beschloss, sich auf dem Strauß, in Anführungszeichen, bunter Schleime zu überraschen, äh, die er unter dem Baum entdeckte, aber können Schleime nicht gefährlich sein? Sie waren die Besten ihres Jahrgangs, er nicht, bevor Taka ihn warnen konnte, griff ihn die bunte Sammlung von Schleim an, überzog ihn, verdaut ihn und schied ihn aus, wie Ameisen bei einem Picknick, nur noch schlimmer, oh Gott, wie hat sie diesen tragischen Verlust verkraftet? Sie widmete ihr Leben der Forschung, von Schleim, in der Hoffnung, eine Verwendung für sie zu finden, um ihrem Blutdurst zu stillen. Bereitet sie ihnen so viel Unbehagen, wie wissenschaftlich möglich? Es ist eigentlich recht romantisch, wenn man darüber nachdenkt, auf eine ziemlich ungewöhnliche Art, ihr lebt wohl. Naja, so kann es natürlich auch passieren, wenn man ein Geschenk machen will, da kann man noch mit dem Forscher reden. Schleim ist eine eigenartige Organismen, nach Jahren der Forschung erhalten wir erst jetzt allmählich einen Einblick in ihre Beschaffenheit und Eigenschaften interessant. Und ich glaube, hier war noch jemand, oder? Ein Lehrling? Huch, Entschuldigung. Jaja. In einem biochemischen Aufbau des Schleims liegt der Schlüssel zum agrarwirtschaftlichen Erfolg, der astra-synergetischen Diffraktion und möglicherweise neuen uniglobularen Energiequellen. Habt ihr Beweise dafür? Wir haben Theorien, die noch nicht gründlich durch Tests belegt sind. Die sind sehr richtig, die beiden hier. Sondern auf allgemeinen Experimenten und logischen Denken beruhen. Ist doch jetzt gut. Kommt zurück, wenn ihr wirkliche Ergebnisse vorweisen könnt. So, wir gehen jetzt mal raus. Wir haben grüne Beobachtungstürme. Wir rühren das einfach mal hier aus. Was ist das denn? Miniatur Schleimprojekt. Die PR und T-Crew sammelt Schlamm von diesen Projektionen. Ihre holographischen Feld sieht empfindlich aus. Kratzt den Schleim ab. Oh Gott. Entschuldigung. Ah, das zählt auch Pflegefest. Noch nicht so gemeint. Wer hat uns schon wieder? Ich höre schon, Stimme hier. Auf einer... Ist da ein Event? Oh, das ist ein Event. Da gehen wir schnell hin. Und da brecht die Schleimprojektion und töte diesen Schleim, um das PR und T-Schleim, äh, Schleimschlammreservor aufzufüllen. Da lassen wir es natürlich nicht lumpen. Das ist natürlich ein bisschen von der Ferne. Und wie ist das Schleimreservor aufgefüllt? Können wir irgendwas machen? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Da hat sich einer schlafen gelegt. Wie auffüllen? Wie viel... Äh. Oh Gott. Ich werde euch rächen. Kann man die aufheben? Nee, kann man nicht aufheben. Aber jetzt füllen wir es auf. Oh Gott. Die Armen, da lieben sie alle. Eine Schwarzlöwentruhe. Jawohl. Gleich mal aufheben hier noch. Schnell. Komm, das schaffen wir noch. Oh Gott, das wird eng. Jetzt nur einen aufheben. Also wie der Mensch macht der ja nicht. Die bleiben aber auch in der Aoi einfach stehen. Also da sind sie ein bisschen blaueräugig, die kleinen Mechaniker und Forscher. Beziehungsweise eine ganz eisern. Okay. Kaum habe ich es gesagt. Wir sind bei 33%. So, 44%. Hab hier. Geiler Sound hier. Vielleicht sollte ich erst mal wieder belegen. Machen wir das mal so. Taktisch clever. Gucken wir mal, ob das geht auch mal unterbrochen werden. Na gut, er fügt uns schon ein bisschen Schaden zu. Aber das muss man wenigstens mal einen aufheben. Können wir gleich mal aussobieren hier. Die Sprektral-From. So. Zack. Was haben wir jetzt für Fähigkeiten? Verdammnis, dunkler Pfad und Lebensexplosion. Boah, das sieht ja cool aus. Alter Schwede. Komm her, du Schuft. Das sieht ja cool aus. Todesschleier beenden. Da kommen schon wieder welche. Aber wir sind schon bei 66%. Aber das können wir leider... unserer anderen Asura-Freunde nicht wiederbegeben. Ach, jetzt ist der Mechaniker schon wieder hingefallen. Wenn wir im Spiel senken. Hier ist was los. Zieht das für die Herzen-Quest mit, so wie das aussieht? Und die waren jetzt ganz schön Aua hier bei der Zeit. Jawohl, hat geklappt. Auf einmal stehen sie alle wieder. Okay. Haben wir sogar die Herzen-Quest fertig. Kriegshorn, Edelhorn, Präzision, können wir das... Ich weiß gar nicht. Kriegs- und Präzision, Vitalität... Ist noch nicht verfügbar, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach nee, wir haben... Wir haben einen Stufenaufstieg, Edel-Ausrüstung, Platzbegleithand, Waffe freigeschalten und Waffenfertigkeit 4 freigeschalten. Und wir können unsere Belohnung wählen. Ein Holzstab oder... Was ist das für die Begleithand? Kann man das jetzt reinpacken? Gucken wir gleich mal. Und das gibt es bei Stufe 10. Waffenwechsel freigeschalten, persönlich Geschichte freigeschalten, Heldenpunkt und Meisterwerk. Ausrüstung. Gucken wir mal. Wo kommt das hin? Da kommt es hin. Ihr habt eine Fertigkeit. Ihr lernt Seelengriff. Seelengriff. Sendet eine körperlose Hand aus, die euren Gegner Lebenskraft entzieht. Sehr nice. Aber... Ach, das ist jetzt... Ja stimmt, das ist ja die Begleithand. Aber diese beiden Sachen kann ich wohl noch nicht verwenden. Und wir haben unsere Herzequests schon fast fertig. Können wir denn nicht den grünen... Auf der Notiz steht grüner Schlüssel erforderlich. Bitte begebt euch zu Tacker. Die haben doch aber einen grünen Schlüssel. Oder bin ich jetzt... Oder ist der weg? Kratzen, Schleim. Machen wir es halt so. Rühren wir gleich mal die Fähigkeit aus hier. Und dies. Wir können es auch einfach bei denen... Aber ich wollte eigentlich mal... Haben wir keine grüne Karte? Oder hat das nicht geklappt? Ich gehe nochmal zurück. Ach, ich bin ja falsch. Ich bin beim Kaufmann. Tut mir oben. Eigentlich kann man noch was fragen. Was für einen Nutzen hat es, die Farbdingsbums zu erforschen? Schleim. Metachromatologie hat unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Es kann in allen entdecklichen Gebieten zu wissenschaftlichen Durchbring führen. Außerdem werde ich berühmt, wenn ich diese Formel knacke. Klingt wichtig. Wie kann ich helfen? Viel Erfolg bei der Forschung. Wir machen mal, wie kann ich helfen, damit du nochmal erzeugt Schleim, indem ihr eure Schlüsselkarte... Bei denen ich gehe los und knall ein paar Blumen ab. Wie fange ich welche? Das hatten wir ja schon. Wir nehmen nochmal eine grüne. Gucken wir mal. Ob das diesmal klappt. Ich würde eigentlich ganz gerne mal... Ja, jetzt geht es okay, warum das zum Anfang nicht ging. I don't know. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. So. Wo haben wir noch eine grüne? Da haben wir noch eine grüne. Hep. Dann sind wir fertig mit der Herzegwest. Aber ein Schleim wird noch auftauchen. Ein roter... Was ist ein roter? Oh, noch Blumenschleim. Hast du jetzt davon? So. Meine Crew hat sich bisweilen als ziemlich unfähig bewiesen. Aber ihr habt euch keinen Fehltritt erlaubt. Wir werden euch vermissen. Bitte kommt mal wieder und besucht uns. Wir würden wirklich gerne wieder mit euch zusammenarbeiten. Taka. Gucken wir mal noch eben. Bevor wir weiterziehen. Meine Ohren, wie geht's? Was? Hat er noch was gesagt, was wir nicht kannten? Schön, euch zu sehen, Elvin. Meine Forschung macht gute Fortschritte. Was ich auch euch zu verdanken habe. Wenn ihr meiner Crew nur für eine Weile beitreten könntet, würde ich unbegrenzt Ruhm erlangen. Was verkauft ihr? Schleimtopf. Auch wieder Stiefel. Wir verkaufen unseren Schrott, den wir nicht brauchen. Und dann gucken wir mal. Da haben wir noch eine Herzchenquest und eine Heldenherausforderung. Von der Zeit her müssen wir das... Wir machen mal die Herzchenquest und die Heldenherausforderung. Das wäre auch ein schönes Bild hier. Was für einen Ausblick und was für Farben hier. Hallo, Dschungelporgy. Geht's hier unten lang? Ich denke. Wir könnten auch reiten, aber ich habe mir einfach gedacht, das finde ich auch ein bisschen der falsche Weg. So kann man sich ein bisschen mehr die Umgebung, die Orte auch auf sich wirken lassen. Ansonsten würde ich sagen, verliert man einiges aus den Augen. Und finde das so dann angenehmer, wenn wir halt jetzt so reisen. Gucken wir da rein. Die Inquestur benutzt Hülek Gift, um die Geschöpfe in Seen in den Wahnsinn zu treiben. Helft-Plop dazu, das zu unterbinden. Print-Plop, saftigen Tang, besiegt die Inquestur, neutralisiert die Gift-Ampullen und besiegt verrückte Hülek. Gucken wir mal, da haben wir, was haben wir da unten? Da ist ein saftiger Tang, oder? War das saftiger Tang? Saftiges Tangbett. So, gehen wir mit. Ist hier noch irgendwo was? Da drüben. Oder sind einige? Ein Krebs. Krabby. Erstmal hier den ganzen Tang. Oh, ja, wollte ich gerade sagen, bevor wir uns der Inquestur zuwenden, aber die kommen schon von alleine. Da haben wir auch eine Gift-Ampulle, bin mal gespannt. Oh. Was hat Dummkopf zu uns gesagt? Ich glaube, ich bin da. Oh. Da ist ein Event gestartet, da müssen wir gleich mal hin. Besiegt Haupt-Häuptling Xip-Paktli, um Fick zu befreien und befriedet die Hülek. Ja, lass mich mitmachen. Moment. Bin gleich da. So, jetzt. Auf geht's. Wir haben von hinten noch angekastet, habe ich das Gefühl. So, den haben wir schon mal. Kann man den in die Hand zuschicken? Ja, zack. Schwupp. Mein Leben. Jawoll. Nicht mit uns. So, Gift-Ampulle. Alleop. Ah, der macht schon Spaß, der Kleine, muss ich mal sagen. Habe ich auch ein bisschen vermisst. So, Hülek. Na, Walli. Was habt ihr da für einen Namen? Verrückter Hülek. Was soll man mit dem machen? Besiegt verrückte Hüleks. Ah, jetzt ist er wieder normal. Okay. Wir quatschen da oben. Gehen wir mal hoch. Wo ist er denn hin? Ist er jetzt runtergerannt? Er hat mich verarscht. Und wisst ihr was? Die Hüleks sind gar nicht zu üben. Ich glaube, die Müll. Äh. Was? Ist er weg? Ja, die küsst es rein. Äh. Was ist mit ihm los? Er hat irgendein... Du Rüttelgift. Nebenwirkungen können Schwindel, Kurzatmigkeit und das Gefühl von Hummeln im Kopf hervorrufen. Bleibende Zeit, neun Minuten. Quelle fix. Och, der arme Kerl. Gucken, wir begleiten ihn mal ganz kurz. Bevor wir die Quest fertig machen. Mal gucken, ob das hier noch vielleicht noch ein Event startet. Jo. Lass uns ein bisschen Bubu machen. Aber wir können mit Fix-Helfer reden. Oder auch nicht. Doch jetzt. Eines Tages wird sich Fix noch um sein Leben bringen. Er scheint nicht besorgt. Nun, ich arbeite nicht gerade gerne für ihn. Aha. Oh, er ist schon wieder hingefallen. Ich glaube... Oh. Ihm geht es nicht so gut. Okay, wir lassen ihn mal weiter ein bisschen schlafen. Wir besogen uns noch mal ein bisschen Tang. Und dann bieten wir uns der Helden eine Herausforderung. Hat man ein bisschen das Gefühl jetzt auch, von was Glied was ausmacht. Hat man eigentlich versucht, so ein paar Quests zu machen. Und sich einen Plan, sag ich mal, zurechtlegt. Der dann ab und zu mal über den Haufen geworfen hat. Weil dann ein Event nach dem nächsten startet. Und man rennt dann hier, man rennt dann dort. Und am Ende findet man sich komplett woanders wieder. Das ist halt das Geile, was Glied was für ihn nicht ausmacht. So. Die Hand sieht auch cool aus, wenn die da so rumfliegt. Gib mir dein Leben. So. Mal zu viel brauchen wir nicht mehr. Kann man so einen verrückten... Ja, toll. Jetzt ist er gerade nicht mehr verrückt. Wir nehmen... Wo ist denn die Helden-Herausforderung? Und die ist irgendwo da hinten. Die ist da hinten drin. Die schleicht einer langen Finger. Nicht mit uns. Hab dich gesehen, mein Freund. Wobei, Freunde, sind wir eigentlich nicht. So eine Giftampulle noch. Und da müssten wir es haben. Dich werden wir exterminieren. Oh, ich wusste mir. Noch ein langen Finger daneben. Und die ist geschuft. Und so. Was macht der Techniker drin? Verschwinde aus unserem... Kleinen Zeltchen. Das ist eigentlich nicht, aber... Hausungssitz. So. Mit Dank. Elvin, dank eurer Anstrengungen hat die Inquestur wertvolle Zeit verloren und treibt die auch in unausgegorenen Forschung nur mehr schleppend. Obwohl sie in der Überzahl sind, beweisen wir ständig, dass Schafsinn der Verzweiflung überlegen ist. Weiter so. Blob. Wo sind wir Herzchenhändler? Was denn du hier? Hast du gedacht, da kommt es ja einfach so rein. Nicht mit uns. Herzchenhändler. Uh. Okay. Blob. Danke für eure Unterstützung. Der Inquestur allein gegenüber zu stehen ist nicht leicht. Ich bin froh, dass ihr hier wart, um mir bei meinem Kampf zur Seite zu stehen. Ich habe diesen Tang, den ihr sucht. Bitteschön. Werden da wem beleidigt. Danke für eure Unterstützung. Der Inquestur allein gegenüber zu stehen. Das hatten wir ja schon. Hier können wir ganz kurz was anbieten. Ein Orangenbeutel für 28 Karma. Verkaufen wir noch ganz kurz. Ich wollte aber den unteren Text noch nehmen, damit wir ihn noch lesen können. Wie geht das voran? Der Inquestur ist es noch nicht gelungen, eine Gegenmaßnahme gegen meine Gegenmaßnahme zu entwickeln. Sobald mein Gerät das gestohlene Gift neutralisiert hat, bleibt nichts außer ein leicht bitterer, überriechender und doch harmloser Froschaussonderung über. Na großartig. Na großartig. So, wir machen jetzt noch die Heldenherausforderung. Das sind die hier. Die haben immer so ein tolles Zeichen über den Kopf. Ich glaube gegen ihn müssen wir kämpfen gegen Utqua. Wir Hüleks sind ein stolzes Kriegervolk. Unsere Fertigkeiten werden von Generation zu Generation weitergeben. Sagt mir, Außenseite, wollt ihr eure Macht mit meiner messen? Gut. Auf geht's. Lass uns mal duellieren. Dann müssen noch mal andere hier. Die Heldenherausforderung machen. Das macht es natürlich für uns noch ein bisschen leichter. Da geht das alles ein bisschen schneller von der Hand. Und dann haben wir das auch fertig. Was haben wir denn da Schönes bekommen gerade? So schnell weggedrückt. Aber das war ein unheilvoller Glühvenkurzbogen. Das ist natürlich nichts für uns. Aber wir haben Stufeaufstieg. Wir gehen mal ganz kurz hier in die Ecke. Stellen uns hier mal so hin. Gucken wir nochmal. Stufeaufstieg. Belohnung der Stufe 7. Angeschlagen. Fertigkeit. 2 freigeschalten. Panorama freigeschaltet. Schwarzlöwenhandelsgesellschaft. Und Rüstung reparieren. Wenn eure Rüstung beschädigt ist. Habt ihr heute mal so ein kleines Schild. Zum Wohl noch Angst. Müsste es glaube ich sein. Und dann kann man beim Händler oder bei speziellen Händlern seine Rüstung reparieren lassen. Kommende Belohnung für Stufe 10. Hatte ich ja gerade eben schon vorgelesen. Und ich gucke mal auf die Zeit. Wir sind schon leicht über die 20. Ich glaube ich müssen ungefähr bei 25 Minuten. Vielleicht 25, 26 Minuten fertig sein. Wir stellen uns einfach mal hin. Genießen den Ausblick. Meine Freunde. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schwenke mal eben ein bisschen kurz rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Morgen Abend. Je nachdem wann das Video gesehen habt. Ich freue mich dafür aufs nächste Mal. Wenn ihr mögt. Wenn ihr wieder dabei sein wollt. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.